Sieg auf der ganzen Linie! Michael Schumacher ist Formel 1 Weltmeister! Sieg auf die Weltmeisterung! Das, das bedeutet mir nicht. Er gewinnt den 10en Winn der Saison. Ein fantastischer Weg von Michael Schumacher. Aber Michael Schumacher hat es heute gemacht. Und er gewinnt den 61. Grand Prix. Und er ist fünfmaler WM1-WM. Er ist fünfmaler WM1-WM. Er ist fünfmaler WM1-WM.